Ja, mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comweb und wir machen jetzt fleißig weiter bei das, wo wir letztes Mal waren. Das war die Umgebung 4K50b. Wir haben also für unsere Berechnungen von der Geschwindigkeit jetzt auch eine neue Berechnung gemacht, und zwar für 4K-Umgebung. Wir waren jetzt bei der Tatsache, dass wir die Timeline, wenn wir in ein Café-Leg arbeiten, auf Hauptstelle müssen, um arbeiten zu können. Und bei 14 Kerner konnten wir das Ganze auch noch fröhlich in die volle Auflösung setzen. Ja, und da geht es jetzt darum, wann geht auch diese 14 Kerne in die Knie. Weil hier war noch kein Problem. Allerdings war das jetzt auch nicht ein Auftrag, die mich umhaut. Bevor das Geschrei losgeht, es gibt natürlich Kameras, die werden unterstützt von QuickSync, und es gibt Kameras, die nicht unterstützt werden von QuickSync. Zum Beispiel, wenn sie MOV-Material haben, wird QuickSync da nicht drauf zugreifen. Das heißt, klar, auch das wäre dann ein Nachteil, wenn man eine Kamera hat, der nur MOV zum Beispiel hat. Ich für mein Part habe versucht, das so neutral wie möglich zu bauen, ja, und hoffe, dass es gefällt euch. So, jetzt die Problematik, so wie jetzt der Film ist, wird er nie gemacht. Warum sage ich das so brutal? Nun, ich hole jetzt mal den Nächsten nach vorne. Es ist ja so, dass wenn ich hier einen Clip habe, dann arbeite ich meistens mit Filter. Ja, und deshalb habe ich jetzt das gleiche Prokur gemacht, mit ab und zu einem zweiten Bild dazwischen und eben mit Filter gearbeitet. Und die Filter sind immer die gleiche, das ist einmal Schärfen auf Mittel gesetzt, das heißt, jeder hat diese Effekte auch in seinem EDIUS vorhanden. Das heißt, ihr könnt, ja, wir machen es vor der Weise, ihr könnt für 15 Euro, kriegt einen 32 GB Stick von mir, wo sowohl die HD-Test drauf ist, als die komplette 4K-Test. Das heißt, ihr könnt dann zu Hause das gleiche Material austesten, was ich hier verwende immer, damit ihr schön vergleichen könnt, ist das noch möglich bei euer, ja, aber nicht schimpfen, wenn das alles nicht so funktioniert wie bei mir. Ja, die Geschichte war einmal, dass wir hier Schärfe nahmen, und zwar die Weich, das ist hier diese Matrix, Spiegeln habe ich genommen, weil dann jeder Pixel umgedreht wird, und Y und V-Kurve, weil es der meistverwendete Filter einfach ist, und die drei habe ich jetzt hier einfach in der Timeline gelegt, ja, und habe ihm dann gesagt, starte mal und zeige mir, ob ihr das kann. Und jetzt sehen wir sofort, ich habe noch nicht gestartet, oder der Puffer steht schon auf 1, obwohl ich jetzt die 14 Kerne habe, und das kommt einfach dadurch, dass wir jetzt auch mit Filter arbeiten, also die Filter sind natürlich nicht ohne, ja, obwohl wir hier nur die 25p haben, aber wir haben hier auch natürlich eine Workgroups, und deshalb merkt ihr jetzt, ohne Workgroups läuft eigentlich bei 4K 50p gar nichts. Deshalb einmal umstellen auf die Hälfte, das heißt, diese Bildschirm wird wieder auf die Hälfte gesetzt, dadurch wird es mir erlaubt, diese Power, die ich sonst hier verschwinde, auf diese vierte Bildschirmchen, wird jetzt verwendet, um eben in Echtzeit den Puffer zu versorgen. Der Puffer ist enorm wichtig, ich habe den auf 4 GB stehen, weil ich einfach sage, ich könnte natürlich höher, aber ich sage einfach, wenn er die 4 GB nicht schafft, dann hat er ein anderes Problem. Ja, dann ist es einfach viel zu schwierig, und dann wird er sowieso sehr schnell runtergehen. Jetzt haben wir hier auch das Bild im Bild, also sieht alles wunderbar aus, das klappt schon mal gut, ja. Okay, hier geht sogar der Kamera runter, weil hier haben wir wieder das echte 4K Plus, sozusagen, und ein Bild im Bild, das ist dann doch ein bisschen viel, allein der 4K schafft er ohne weiteres. Wir haben also jetzt wirklich die Filter dazu geholt, und das sieht natürlich gut aus. Ja, der Rest ist Makulatur, außer vielleicht, also er schafft alles eigentlich in dieser konstante Lösung, deshalb gehe ich da nicht weiter drauf, außer wieder diese Y UV. Auch wenn ich den auf der Hälfte gestellt habe, sehen die Puffer geht runter, ja. Gut, würde er viel Puffer haben, dann wäre er noch ein bisschen länger richtig geblieben, aber es ist so, ich bleibe dabei, er geht runter, es nützt nichts. So, wie sieht das jetzt auf der Kaffee League aus, weil da haben wir natürlich die gleiche Projekt, das heißt, ich schalte einmal um. Wie gesagt, Sie können einen Stick holen, der Link steht unten in der YouTube-Film, wenn ihr das selber zu Hause testen wollt. Ihr kriegt einen 32 GB Sun-Disk-Stick dafür, und das ist mehr oder weniger Selbstkostenpreis. Das könnt ihr dann dementsprechend bestellen, wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt. Wir werden in der nächsten Schulung, werden wir wirklich die Testergebnisse bringen beim Ausländern, und dann sieht man auch, wie sieht es beim Rendern aus, was natürlich eine andere Geschichte ist. Wichtig ist, wenn ich hier diesen Knopf drücke, oh, machen wir wieder den Ton aus, wenn ich hier den Knopf drücke, dann ist es ja so, dass ich Echtzeit sehen will. Ja, das heißt, nicht das herunterfährt und so weiter, weil es ist nichts Tödlicheres, als in der Timeline keine Echtzeit zu haben. Und das ist der Grund, warum ich eine deutliche Trennung mache zwischen Ausländern und Arbeiten. Ja, und hier sehen wir, dass das Arbeiten geht sogar in Kaffee League, solange wir zumindest hier mit nur Filter arbeiten. In dem Moment, wenn wir wieder sagen, okay, mach mal so ein Hauptbild oder komm wieder in Formaten, wo wir Probleme haben, dann sehen wir auch hier, wird der Puffer nicht ausreichen. Ja, und das ist ein bisschen enttäuschend, aber das ist genau das, wofür ich eigentlich warne will, weil wir haben keine Möglichkeit, in der Kaffee League eine runde Bearbeitung mit normalem Schnitt zu machen. Weil hier ist noch nichts Besonderes, also hier verrate ich noch keine Tricks oder nehme irgendwelche andere Kodex, weil es gibt ja natürlich Probleme genügend. Solche Sachen wie HitFilm, NewBlue, ProDat, ja, die machen enorme Probleme, weil die gar nicht die Menge an CPUs unterstützen. Das heißt, die sind sowieso von Haus aus schon langsamer und dadurch, dass die die CPUs gar nicht unterstützen, sind die enorm langsamer. Die COM-Web-Filter dagegen, das sind die Filter, die Sie bekommen, wenn Sie bei uns die Newsletter abonnieren, also es lohnt sich. Die Filter sind alle aufgebaut auf der Canopus-Filter letztendlich und das heißt nichts anderes, als Sie können die auch in Echtzeit anwenden. Ja, würde ich die hier einfach rauflegen, dann habe ich die dementsprechende Echtzeit zur Verfügung und das ist natürlich wichtig. Es gibt allerdings Ausnahmen, die die Regel bestätigen, das ist einmal ganz wichtig, der primäre Farbkorrektur, der tut weh. Und wir haben noch einen Filter, der wehtut, das ist die Gaussian-Unschärfe, weil hier wirklich eine Pixel-Beeinflussung, die nicht ganz ohne ist. Mehr oder weniger alte Filme würde ich auch noch dazu rechnen können, weil auch der alte Film, mehrere Filter in einer sind. Ja, und das ist auch bei der primäre Farbfilter, bei der primäre Farbfilter können Sie nur Beschleunigung noch erreichen, dadurch, dass sie, im Prinzip reicht es schon, wenn Sie den einfach nur drauflegt, dann wird die Cursor hier nicht mehr nach oben gehen, sondern nach unten. Ja, weil diese primäre Farbe, und wir haben noch nichts geändert, einfach mehrere Filter miteinander sind. Und dann muss ich jedes Mal nachgucken, ändert sich da was. Ja, weil ich kann ja auf die Idee kommen, ich sage mal, drei Filter hier zu ändern. Ja, das heißt, ich ändere hier mal drei Stück, ich gebe sofort ein anderes Bild, wunderbar. Aber ich gebe den Rechner auf den Düffel. Ja, weil die drei werden zusammen vermischt und dann nochmal mit dem da drüber liegenden Filter vermischt. Das heißt, irgendwo ist Ende, und das ist bei der primären Farbkorrektur natürlich viel, viel schneller der Fall als bei der normale. Deshalb würde ich immer erst versuchen, mit dem ganz normalen Canopus-Filter zu arbeiten. Ja, die Überblendung, ja, mein Gott, wenn wir ab und zu ein paar brauchen, aber die Filter sind natürlich ultra wichtig. Allein schon wegen der Weißabgleich etc. pp. Ja, also da lege ich sehr viel Wert drauf, und deshalb sind die auch in die Tests dementsprechend dazugekommen. Ich glaube, wir waren bei JVC, die können wir ja auch noch laufen lassen. Aber im Prinzip, ihr merkt es, der geht nicht mehr auf oder unten, das ist genau so eben auf dem Rand. Gut, jetzt hat er natürlich verloren, weil da auch noch ein Bild drauf liegt, aber es sah gut aus, sagen wir es mal so. Aber sie merken, das ist für mich kein Arbeiten, weil ich andauernd auf Probleme stoße. Hier übrigens, das können wir ja mal testen, weil der ging ja, und der geht noch immer. Wahnsinn, wa? Das ist echt geil. Also, wenn Sie diese Kamera haben, und Sie haben nur, ich sag mal, 4K 25p, dann können Sie auch der Kaffeelec schon in Betracht ziehen, ja. Habe Sie so einen Weißabgleich, so einen GH5, dann tut es mir leid, dann müssen Sie, oder die guten Kameras hier sowieso, dann würde ich Ihnen doch dringend empfehlen, nach der 4K-Umgebung zu gehen, ja. Gut, schalten wir einmal hier nochmal um auf 10 Bit, und naja, gut, wir können es auch auf der anderen Seite noch gucken, so viel Zeit muss sein. 50p, 10 Bit, und schauen wir mal, ob er das kann, ja, statt einfach in der Mitte, ja, auch 10 Bit geht, ne. Achtung, das sieht einfach aus, ist aber ein Mordsarbeit, ja, weil ich sag ihm, letztendlich, benutze jetzt statt 16 Millionen Farbe, 8 Bit, benutze eine Milliarde, über eine Milliarde Farbe, ähm, bei 10 Bit. 10 Bit steht für 1024 Abstufungen in Rot, Grün und Blau, und 8 Bit waren eben die 256 Abstufungen, und das muss natürlich berechnet werden durch den Rechner, hat aber einen enormen Vorteil, wenn ich natürlich ein, ja, eine Filter auf eine 10 Bit Geschichte lege, auch wenn ich letztendlich mit 8 Bit ausgebe, weil er kann eine Abstufung, zum Beispiel einen Farbverlauf in der Luft, kann er viel, viel besser manipulieren in 10 Bit, als in 8 Bit. Und denkt dran, Canopus arbeitet grundsätzlich in einer 422 Umgebung in der Hintergrund. Das heißt, alles, was Sie hier haben, ob das AVCHD ist, oder MOV, oder FMX, oder wie auch immer, wird sowieso grundsätzlich in ein Canopus-Kodex umgewandelt. Welche bestimmen Sie hier? Das können wir hier mal auf dieser Rechner hier angucken. Wenn ich in die Projekteinstellung gucke, dann steht er zurzeit auf 50p, wir gehen mal in die 10 Bit, und schauen die Einstellung an. Hier sagt er, eine HQX-Standard, Gewalt, pure Gewalt, und einer der besten Kodexe, die es standardmäßig gibt, aber, und das ist ein Sahnehaufchen, die Sie ganz, ganz selten haben, die können Sie eigentlich nur zukaufen bei anderen. Der Lancius Resempler ist auch noch drin, das heißt, er macht nochmal eine Steigerung im Vergleich zu der HQX, aber auch der kostet Platz. Das heißt, würde ich gerade eben nicht zurechtkommen, dann können Sie den auch mal auf Bereichsdurchschnitt schnell und scharf umstellen, und Sie werden sehen, dann schafft er es plötzlich. Bei der 10 Bit an der anderen Seite, bei dieser Umgebung dann mit dem zu arbeiten, weil hier sagt der Cafe Lake sofort wieder, mach es selber, ich will nicht. Ja, und ich hoffe, damit habe ich dann deutlich gemacht, warum ich jetzt sage, die Cafe Lake, da alles schön und gut, gut überlegen, brauche ich die oder nicht. Wenn ich HD mache, wenn ich zum Beispiel 4K aufnehme und trotzdem ein HD Projekt mache, kann ich das auch mit dem Cafe Lake machen, ja, also da spricht nicht viel gegen. Habe ich jetzt wirklich vor, hier wirklich das Material zu bearbeiten, dann würde ich da von der Cafe Lake absehen und doch nach die 4K Umgebung setzen, weil da in meinem Auge dann viel mehr Power noch zur Verfügung steht, in der Timeline vernünftig zu arbeiten. Ein Wort noch zu dem nächsten Test. Der nächste Test ist natürlich ein bisschen trocken, weil da werden wir nur die Geschwindigkeiten mal so durchsprechen. Mit am Ende ein kleiner Bonbon, da sage ich jetzt noch nichts zu, weil dann gucken wir einfach noch, was ist noch möglich, das zu retten. Und da meine ich nicht die Proxy, sondern einfach eine andere Lösung, wodurch wir trotzdem noch auf Geschwindigkeit kommen. Für heute war es das. Nein, es reicht einfach. Irgendwann kocht der Birne und ja, das wollen wir dann auch nicht. Ich werde mich verabschieden. Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comweb. Und wenn er mag, was ich da so von mir gebe, dann könnt ihr euch gerne abonnieren, ein Like geben. Und wenn ihr den Test auch mal auf euer Rechner ausprobieren wollt, einfach hier unten den Link anklicken und der Stick bestellen. Die kommt dann per Post zu euch. Ja, und dann könnt ihr einfach mal ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Dann machen wir unsere Geschwindigkeitstests in der Ausgabe. Dann machen wir unsere Geschwindigkeitstests in der Ausgabe.